Jedes Jahr begrüssen wir Just-Studierende bei uns, vom Juli bis September, die ein Schnuppe-Auditorat bei uns absolvieren. In dieser Zeit können Sie strafrechtlich erworbenen Wissen in die Praxis umsetzen. Das heisst, Sie können Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Tagesgeschäft begleiten. Bei uns sind ja mittendrin am Puls des Geschehens. Neben der Tätigkeit im Büro rücken unsere Mitarbeitenden im Rahmen eines Pickettdienstes auch zu den Ereignisorten aus. Z.B. bei schweren Verkehrsunfällen oder bei aussergewöhnlichen Todesfällen. Dabei arbeiten Staatsanwaltschaften mit verschiedenen Partnerorganisationen zusammen, wie z.B. der Polizei, der Forensik und der Justizvollzug. Drei von unseren bisherigen Schnuppe-Auditorinnen und Auditoren haben wir zu ihren Erfahrungen beim Schnuppe-Auditorat befragt. Ich glaube, einem besonders gefallen hat mir vor allem den Pickettdienst, also die Brandtour, dass man wirklich gesehen hat, wie ist ein Staatsanwalt jetzt ausserhalb von seinem Büro, was muss man machen, was kommt auch auf einen zu. Darum hatte man die Fälle einfach so auf Papier, schwarz auf weis, und gar nicht richtig gewusst, was ist denn wirklich im richtigen Leben passiert. Ich wollte wissen, wie die Verfahrensleitung im Strafprozess tatsächlich aussieht. Und vor allem auch mich interessiert die Ermittlungstätigkeiten, die der Staatsanwaltschaft auch noch anbeliegt. Also man ist wirklich als Schnuppe-Auditorin oder Schnuppe-Auditorin Teil vom Team. Das Gegenende, wo es mir nicht mehr darum ging, mich an das hinzuführen und für mich auch zu schauen, ob ich das Vertrag, was dann mit der Zeit ist, dann habe ich wirklich verstanden, um was es geht. Und ich konnte auch wirklich mitdenken und das war wirklich sehr schön. Das Schnuppe-Auditorat bildet eine spannende Möglichkeit, in die Welt der Strafverfolgung einzutauchen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen.